Wir demonstrieren hier die Häutung eines Tieres. Jedes Jahr geschieht dieses Schicksal ca. 50 Millionen Tieren. Ca. 50 Millionen leidende Individuen werden in engen Drahtkäfigen gezüchtet und dezentlich getötet per Giftgas oder Elektroschock, um dann für Echtheldprodukten verarbeitet zu werden. Ca. 60 Tiere müssen ihr Leben lassen, damit ein einziger Nährzwartel hergestellt werden kann, der letztendlich in Kaufhäusern wie z.B. Escada verkauft wird. Wir stehen hier vor Escada, weil Escada immer noch Echtheldprodukte im Sortiment führt, obwohl über 80% der deutschen Bevölkerung es ablehnen. Und somit die Herstellung und der Verkauf von Echtheldprodukten ein klarer Verstoß gegen das deutsche Tierschutzgesetz darstellt, was verbietet, ein Tier zu töten ohne Vernunftsbedarf. Wir fordern von den deutschen Politikern, dass sie endlich das umsetzen, was in den deutschen Gesetzen stehen, und zwar es zu verbieten, dass ohne Vernunft sie die Kronikstiere getötet werden und damit solche Kaufhausketten wie z.B. Escada diese Produkte auch nicht mehr anbieten.